Seien Sie mal ehrlich, wie lange quälen Sie sich schon mit Restless Legs? Wie lange schlagen Sie sich schon mit brennenden Krampfadern herum? Leiden auch Sie unter schlechter Durchblutung und schwacher Muskulatur? Hier kommt die perfekte Lösung für all diese frustrierenden Probleme. Hier kommt VibroLegs von VibroShaper, dem Hersteller des beliebten Millionen-Sellers. VibroLegs von VibroShaper, das unglaubliche Fußmassagegerät, das Ihnen bei der Entspannung, Erfrischung und Stärkung Ihrer müden Füße helfen kann. VibroLegs kann helfen, die Durchblutung und Ihre Muskelspannung anzuregen und Sohlenbrennen verschwinden zu lassen. Gönnen Sie sich pure Entspannung und Wohlgefühl. Mühelos aktivieren Sie VibroLegs mit der Fernsteuerung. Einfach nur die Füße drauflegen und genießen. VibroLegs Geheimnis ist der spezielle rotierende Akupressurkopf, der perfekt an Ihren Fußsohlen anliegt. Das patentierte Oszillationssystem massiert die Akupressurpunkte und sorgt so für grenzenloses Wohlbefinden im Handumdrehen. VibroLegs können Sie immer genau dann verwenden, wenn es Ihnen passt. Ganz einfach in der heimeligen Gemütlichkeit Ihres Zuhause und ganz ohne Aufwand. Egal wie alt oder jung Sie sind, mit nur einem Handgriff genießen Sie himmlische Entspannung. Beleben Sie Ihr Leben mit VibroLegs von VibroShaper, dem brandneuen Vibrations- und Akupressur-Fußmassagegerät, das entspannt, erfrischt und müde Beine munter macht. Regen Sie Ihre Durchblutung an, verbessern Sie Ihr Wohlbefinden und holen Sie sich frische Energie. Legen Sie die Füße auf die Vibrationsplatte und genießen Sie die totale Entspannung. Kinderleicht und leicht zu verstauen. Aber achten Sie unbedingt auf das Mediashop-Original.